Drache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Drache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich möchte ein Spiel spielen. Das ist hier von Fleisch, das ich fordere. Vor Ihnen liegen die Instrumente, um diese Fleische rauszulösen. Aber beeilen Sie sich. Wenn der 60 Sekunden Timer abgelaufen ist, werden die Fesseln desjenigen, der am meisten Fleisch geopfert hat, sich lösen. Wer von Ihnen wird am meisten Fleisch opfern, um sein Leben zu retten? Sie haben die Wahl. Drache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Drache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Drache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Drache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert, sich lösen. Drache ist ein Gericht.